...dein Begleiter. Alleine. Die Richtige war noch nicht dabei. Das schafft halt keiner, an dich ranzukommen. Komm. So, dann schildern Sie doch mal mit Ihren eigenen Worten, was an diesem Abend geschehen ist. Nadine und ich, wir haben zusammen den Abend verbracht. Und wir sind uns näher gekommen. Richtig auch. Warte, warte. Ich kann das nicht. Ist das wegen Oliver? Nein. Ich will Benno das bestmöglichste Leben bieten. Da muss alles so bleiben, Mrs. Schon okay. Ich verstehe dich. Ich war im Schlafzimmer, als Oliver gekommen ist. Jetzt hat er sofort einen Anwalt angerufen. Ihm aufs Band gesprochen. War wie die Tür ins Schlossfee. Ich war im Schlafzimmer, als ich gesehen hab, was ich gemacht hab. Aber ich hab's nicht geschafft. going demnübte. Ich mach das denn. Begreif im Schlafzimmer, als ich dir was. Ich f Cliff pum09 sehr gut. Ich hab's nicht mehr dessus.